Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Kipsüberlohren. Mein Name ist Flavo. Manche erinnern sich vielleicht noch an mich, der lustige Red Panda. Manche haben mich vielleicht auch schon vermisst. Und ich bin hier, weil es gibt einen neuen Trailer zum neuen Pixar-Film Turning Red, auf Deutsch Rot meine ich. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Den ersten Teaser-Trailer hat ja sich Rocket angeguckt. Und ja, jetzt gucken wir uns den zweiten Trailer an. Viel Spaß! Los geht's! Ja. Erinnert mich ein bisschen an Alice Betty. Ah, schon mal weibliche Nerds? Das wird das beste Jahr aller Zeiten. Und absolut nichts kann dich aufhalten. Der beste Sommer aller Zeiten? Erinnert mich an Luca. Okay, es scheint, um irgendein Zauber oder einen Fluch zu gehen. Mei, Mei. Frühstück ist fertig. Mei, Mei. Oh. Ja, da ist er. Da ist er. Ein Red Panda. Nein, du bist ein flauschiger Red Panda. Das sieht... Aber rote Pandas sind doch gar nicht in Wirklichkeit so groß. Du bist so süß! Verrückt. Du bist echt voll flauschig. Ja! Sie haben dich lieb, Mei. Du bist unsere Freundin. Du bist du! Aber rote Haare. Sie hatte vorher keine rote Haare. Weck den Panda in dir. Abby, schlag mich! Hahaha. Entdecke. Weißt du, wie gefährlich das ist? Du hast dich nicht mehr im Griff und pandast uns alle um. Deine wilde Seite. Es ist ein perfekter Red Panda. Achtung! Ach, cool! Hahaha. Ja, cool! Soviel dazu. Das war jetzt die Reaktion auf den zweiten offiziellen Trailer von Rot, Turning Red. Er kommt im Jahr 2022 in die Kinos. Das ist ja gar nicht mehr so lange bis 2022. Ja, nur noch 32 Tage, wenn ich genau richtig rechte. Oder 42 Tage. Ist ja wurscht. Dann ist ja dieses Jahr schon wieder vorbei. Und dann wird es jede Menge... Ja, das ist Quatsch. Das werde ich rausschneiden. Es hat mich gefreut. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde mich auch für ein... Ich würde mich über ein Abo und ein Like von euch natürlich freuen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von Rot oder Turning Red haltet. Oder allgemein von Red Pandas, ja. Und wir sehen uns bald wieder. Vielleicht in einem nächsten Gaming-Stream oder einem nächsten Thursday-Friday-Stream. Bis dann. Ja. Bleibt flauschig und bleibt neugierig. Tschüss!